So ein neuer Versuch. Ob das R1 oder R2 gewesen ist, ist dasselbe. Fast dasselbe. Natürlich wurde ich gehört. Schau mal an, bevor ich es angefangen habe, ok? Ich zeige die Leute im Büro. Clem und ich schauen uns nach Walkers. Ok. Hier geht's. Oh, welches Kabel ich jetzt nehme? Ein Zündkabel. Startekabel. Okay. 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 Die Batterienwiederzündung. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Javi, schnell! Hey, los, jetzt! Oh, das ist gar nicht gut. Das Stadion ist ein paar Blöcke entfernt. Das ist ein guter Platz, um zu warten. Wir haben genug Gas? Das ist gar nicht gut. Was jetzt? Wir warten für Ava. Das ist gar nicht gut. 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 Ich glaube, er hat es zu spielen mit ihr. Uh, in case you haven't noticed, Ian hat ein kleine Klingel auf Clementine. Er mag sie. Siehst du es? Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich hoffe, es funktioniert für sie. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Sie sind gut für uns. Ich denke. Ich denke, dass ihr erste, offiziell date wird Target-Praktiz? Das ist gar nicht gut. Und einfach so dumme. Es gibt nichts mehr wunderbar, als zwei Kinder zu fallen, für sich. Nicht, dass sie noch da sind. Aber es fühlt sich so intensiv für andere Leute. Hey, zu fallen in Liebe ist das einfachste. Es ist das, was in Liebe zu bleiben. Es ist nicht fair. Das ist alles, was ich sage. Dass sie fühlen, was sie fühlen, und wenn der Sonne ein bisschen höher wird, dann ist es gleich zurück in der Kampf. Ich wünsche mir, dass er eine Kindheit hätte. Ich wünsche mir, dass ich ihm das hätte gegeben. Er und Mari, beide. Du hast das beste, was du kannst, Kate. Du hast diese Familie alive, so lange wie du möglich bist. Das gilt für viel. Ich hoffe, dass du wissen, Javi, dass du da mit mir, bei meiner Seite, all diese Zeit, das ist das, was die Unterschiede macht. Du bist so sicher, was du all das machst. Du hast nicht weggeflogen. Du könnte es, aber du hast nicht. Ich bin hier, damit ich ein Beispiel für die Menschen für Gabe speziell. Für jemanden, 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 für jemanden. Ich verstehe. Ich weiß nicht, dass du es, für jemanden, für jemanden, für jemanden, zu faszinieren, und vielleicht ein paar davon nicht ganz ein bisschen bedeutet. Aber bevor, woher sie ich brauche, dass du wissen, dass die ganze die. Okay. Was ist ein Fehler jetzt, das zu sagen? Oh mein Gott, da sieht er ja der Sohn jetzt, oder? Oh mein Gott. Okay. Yeah. Shit. We're doing this. Okay. 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 For years now, Richmond has been governed by one simple principle. Strong council, strong community. But, unfortunately, the actions of one of the members of that council, our security expert, David Garcia, have put us all in... She's lying to all of you! I'm sorry to have to show you this. Truly, I am, but you all need to see. Just look what he's done. He murdered this man in cold blood. Is this who we want in charge? Someone this reckless, this cruel? Not if I have anything to do with it. I can't believe this is really happening. She's gonna kill him. She can't do this to him. He's kept him safe. Try to keep your cool. Joan's smart. But we're smarter. We just have to be careful. We can't screw this up, Javi. Javier! I heard you were planning to crash our little party. Why don't you come on up here? Show your face to everyone. I'm sure these people would like to hear what you have to say. Fuck that, and fuck you, Joan. I don't have anything to say to someone who shit-talks my family. Don't make this harder on yourself, Javier. Get up here. Now! She knows we're here now. We might as well. I had a very interesting conversation with your friend, Eleanor. Okay. Isn't that right, Eleanor? That's... that's right. She said you came here because you wanted to save your brother. Uh... admirable, almost. Don't know how you thought you were going to pull it off. Considering it's all of us. Against the three of you. If you knew what we were coming here to do, why go ahead with this? Why put a noose around my brother's neck? This community deserves justice. And they're going to get it. One way or the other. Here in Richmond, people who put themselves before the group, don't last long. Bring them out. Get away from me. You're making a mistake. Ava! Oh, no. They had them this whole time. David wanted to tear this whole place down. He told his people where to find our gun supply, and sure enough, they picked us clean. You really thought you could ride into town and stage a coup? With our own damn weapons? Something like that? I can't just let it go. You've put me in a no-win situation here. So I'm going to do the same thing to you. Both of them deserve to die for their crimes. What? However, Javi, I'll let you spare one of them. Just one. No! Hell no! Don't! Don't! Not after what they tried to do. You may be guilty of bringing them into this, but they chose to go along with it. Is this the kind of leadership you've got in store for Richmond? Torturing people with your stupid power games? Justice isn't a game, Javi. It's about time you learn that. Joan, are you sure about this? We never agreed to killing all these people. It's really up to Javi, isn't it? All eyes are on you. Maybe this will help you make up your mind. Boys? Ernst jetzt? Come on, Javi. Who's it gonna be? Your friend? Or your brother? Alter, Falter. Was soll ich machen? Oh, come on! This is fucking stupid. You can't be serious. God damn you, Joan. Nah, ich weiß es nicht. The right thing, Javi. How could you do this? Let Ava live. David believes in her and so do I. Javi! No! I fucking trusted you, Javi. And now you're throwing me under the bus? You go to hell. Shooter. Wait, I said don't shoot Ava. You did, but there's something else you need to understand. Betrayal. Joan, think about what you're doing. Ava's one of us. You can't fucking do this. This is fucked. I can do anything I want. You brought this on yourself. Do it. You can't... Boah, Alter. Dafür wirst du bezahlen. Oh my God. They really shot her. Oh, God damn it. Now, David. It's your turn. Fuck it's dich. Come, mach. I can't believe this. This isn't how we do things. This is madness. Stopper, Clint. Is this the process you trusted? No. Think about this, Javi. You know what's gonna happen here. You ready for that? We don't murder enrichment. We exile. That's how we've always done things. How about you take David and the rest of your people and just get the hell out. Go far away from Richmond and then whatever you do is up to you. I'm sure the herd outside would like that. She thinks she's sending us out there to die. She's counting on it. Everybody, put your guns away. We're gonna handle this peacefully. Don't listen to them, Javi. They're fucking butchers. All of them. Shoot that bitch. Take her out. She deserves it. If you don't do it, I fucking will. Go to hell, Joan. Ah, Jen! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Du scheiße Scheiße! Geh hier zurück! Okay, ich brauche dich um mich zu schützen. Wir müssen Dinge richtig machen. Okay. Dad braucht uns. Wir müssen raus! If David's not thinking right, what's worth more? His revenge or your life? I... I think you're right. Shit! I gotta help her! Goddammit! Just go! I'll try and cover you! We had a way out of this hobby. Why did you have to go and shoot her? Shit! Get down! I hear gunfire! What the hell is going on over there? Sir! Are you guys okay? Can't talk. I can't avoid the shot! I... I can't hear you! It's too loud! Nein! Nein, 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 nein! Well, this is a hell of a situation! Oh, we're so surprised, okay? Thank you, man! Really! Nice to have you back! Say no more! Whatever it is! I'm in! It's Kate! She's coming for us! Oh Gott! Bobby, du musst da hin, bevor ich... Jetzt kommt die Horde auch noch. Halt! Und zu Ende. Was da ja klar war. Alter Falter! Hätte ich nicht schießen sollen oder hätte ich doch schießen sollen? Weiß ich nicht. Also, 91% hat das... Oh, scheiße! Vielleicht zurückgemacht. Na. Okay. Ähm... Okay. 51% haben das nicht getötet. Das sieht doch ganz gut. Na, 55%. Ja, haben wohl alle das gedacht, wie ich gedacht habe. Ach gut. Ich hoffe, die Folge 5 wird nicht lange auf sich warten. Und bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Es hat mir wie immer Spaß gemacht, mich wieder mit leeren Händen da stehen zu lassen. Und zu hoffen, was passieren wird. Ja, was passiert wird. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Ciao!